Ja, ich muss sagen, ich habe heute eine erste Halbzeit gesehen von meiner Mannschaft oder fast 60 Minuten, die ich hier so eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Ich glaube, gegen einen Champions-League-Teilnehmer so eine erste Halbzeit zu spielen, wo der Gegner fast nicht aus der eigenen Hälfte kommt und wir eine Chance nach der anderen eigentlich haben und eigentlich in Führung gehen müssen, das war sensationell. Ich glaube, da ist uns wirklich auch alles aufgegangen, da war Mariliano frisch und haben unglaublich mutig gespielt, weit durch rausgedeckt und auch fußballerisch, finde ich, ein tolles Spiel gemacht. Wer glaubt, dass wir den Gegner einfach hier in Ehrfrucht erstarren und spielen lassen, der hat sich gedäuscht, weil wir sind mutig und wir wollen vorher attackieren und ich glaube, es war noch keine Mannschaft hier so frech wie wir und hat den Gegner so früh attackiert wie wir und mit diesem Mut angelaufen, wie wir es heute getan haben. Und auch wenn der Gegner vielleicht nicht so frisch war, wie es mein Kollege gesagt hat, aber trotzdem musste erstmal der Aufsteiger diesen Mut mitbringen und von daher würde ich da schon ein bisschen vorsichtig sein. Danke. Vielen Dank.